einen wunderschönen guten morgen ja ich flogge heute wieder mit ich habe heute frei und ich habe ich einiges zum erzählen und zum zeigen genau ich stehe gerade vorm spa da war ich gerade drinnen ich habe ein bisschen was eingekauft denn wir machen heute saftfleisch genau und da hat haben noch paar zutaten gefehlt auf jeden fall es ist schon dreiviertel neun und es war so stressig heute die milli ist schon im kindergarten die geht seit gestern also heute ist dienstag ja die milli geht seit gestern wieder in kindergarten von sieben bis elf der luca geht schon in schule und der farby ist auch schon in der schule genau weil ich habe vorige woche den bescheid bekommen von der ph dass sie wieder raus dürfen mit sofortiger wirkung und gestern habe ich erst genau und am samstag am samstag war die polizei bei mir und hat kontrolliert ob die kinder zu hause sind habe ich denen dann gesagt ich habe schon den bescheid kriegt die dürfen ja wieder raus und ja die haben sich selbst nicht auskannt gestern habe ich erst die sms bekommen dass sie ab heute wieder raus dürfen also ich kenne mich gar nicht mehr aus ich bin ehrlich sie waren letzte woche in der schule weil ich den brief von der bh schon bekommen habe so egal mein akku ist leer schon wieder ich glaube ich brauche neue akkus ja ich war jetzt eben einkaufen und zuhause muss ich euch dann was zeigen und ja ich fahr mal heim ich bin überhaupt nicht motiviert aber zum flogen schon ich bin zu hause und ja ein päckchen ist auch schon gekommen das zeige ich euch gleich aber ich wollte euch was anders zeigen und zwar bis auf den wäscheständer meine computerecke ist da weg denn ich habe ihn ich habe euch ja gesagt ich ich möchte gern einen schreibtisch und in facebook gibt es da so eine verschenkt gruppe bei uns im hier halt und da hat einer ein schreibtisch reingegeben zum verschenken und genau die maße genau die größe und den habe ich mir jetzt geholt und ich zeige euch jetzt die ecke seid ihr bereit da 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 so sieht jetzt mein computerplatz aus da war ja vorher die rote couch von den kindern beziehungsweise ganz am anfang war hier eine hundehütte und ja jetzt steht hier mein computer die polster sind mit absicht da weil es eben immer so kühl rein zieht ja es ist zwar noch sehr kahl sieht doch ganz cool aus genau und ich habe mir etwas bestellt oh ein herz ich freue mich und zwar habe ich bestellt bei mein müsli denn bei mein müsli gab es jetzt eine coole aktion ab einem bestellwert von 9 euro bekommt man kleine probe probe müsli dazu und das packe ich jetzt aus mit euch genau einmal so ein müsli so prinzessinnen haft da sind drin haferflocken dinkel pops apfelstücke hinbeeren bananen flecks weizen reis herzen und viel liebe die verpackung sieht voll cool aus also von meinem müsli kam das mit der prinzessin dann habe ich noch das bestellt das sieht so cool aus von könig der löwen mein müsli guten morgen löwen von disney da sind drin haferflocken apfelstücke aprikosen erdbeer stücke und viel liebe und wenn man eben die zwei bestellt kriegt man also ab einem bestellwert von 9 euro kriegt man eine ganze probierbox gratis dazu mit dabei war noch so ein mein müsli gutschein für ein gratis müsli und ein 45 euro gutschein von hellofresh habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt und das war die probierbox so schauen wir mal was da alles drinnen ist ein beernüsli so sieht das aus dann ein honig-nuss-müsli dann ein honig-nuss-müsli ein berry-white-choco- nein cook-müsli oh das ist was für mich Brombeer-granola dann so ein super schock-müsli das wäre auch was für mich und dann strawberry cheesecake-müsli und das ist mega wirklich beim bestellwert wo habe ich denn das gesehen irgendwo im internet beim bestellwert von 9 euro bei meinem müsli habe ich diese probierbox gratis dazu bekommen und ich bin happy genau und deswegen habe ich jetzt auch beim sparen mein Naturjoghurt gekauft damit ich weil ich esse gerne müsli mit Joghurt genau ist doch voll cool überhaupt das und das schimmert gefällt mir haltbar bis 2.9.21 die Milly wird sich sicher freuen wenn sie es nicht essen esse ich es aber die Verpackung die sieht doch mega aus ok genug geschwärmt auf jeden fall sehr cool und ich glaube ich werde schon was essen aber ich weiß nicht was ich kann mich nicht entscheiden ich kann mich wirklich nicht entscheiden das sieht auch mega lecker aus strawberry cheesecake voll cool auf jeden Fall warte ich noch ich sollte heute 2 Päckchen noch kriegen ja und ich hoffe die kommen auch bald die 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 auf den im unmiss ab Ich kaufe das auch immer vom Pennymarkt oder Spar oder... Aber das probiere ich jetzt und werde mein Frühstück genießen. Auf jeden Fall. Sieht das so lecker aus. Das sieht... Boah. Und so frisch riecht das. Und ich habe das jetzt mit Naturjoghurt. Genau. Also mildes Naturjoghurt habe ich gekauft. Und das gönne ich mir jetzt. So, meine Lieben. Ich habe euch jetzt vorher nicht mitgenommen. Wir haben es mittlerweile halb ein. Die Milli ist schon abgeholt und schläft jetzt auch. Jetzt warte ich eigentlich nur mal auf den Luca. Der Papa ist jetzt in der Küche und kocht. Und... Ja, währenddessen ich sie abgeholt habe, war der Postler wieder da. Und hat mir was gebracht. Ich zeige es euch dann später in der Küche besser. Und schöner. Denn ich habe sie schon eingeräumt. Und zwar habe ich mir so... Wie sagt man dazu? So Aufbewahrungsboxen für Nudeln, Zucker, Kakao, Mehl. Was noch? Was weiß ich gekauft bei Amazon. Da meine schon ziemlich grauslich ausgeschaut haben, habe ich jetzt neu bestellt. Und zwar, ich glaube der Luca ist jetzt da. Vier von den kleinen, zwei so große, da habe ich jetzt Nudeln drinnen. Und dabei waren, das finde ich ja auch cool, so Sticker zum Beschriften mit einem weißen Marker. Ja, auf jeden Fall habe ich das bestellt. Und in der Küche habe ich auch schon welche umgefüllt mit Zucker, Kakao, Mehl, Nudeln. Die kann ich ja wirklich als Misch... Und die große kann ich wirklich als Mischkübel benutzen. Mal schauen, was ich da noch so reinfülle. Wie gesagt, drei sind übrig geblieben. Der Luca ist jetzt auch da. Ja, auf jeden Fall habe ich die schon umgeschlichtet und muss ich dann schauen, was ich in den anderen reinfülle. Weil ich möchte sowieso meine Küche noch umstellen, also umstellen, umräumen. Guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr geflockt, weil es mir so schlecht ging. Ich habe dann, ich weiß nicht, ich sehe auch furchtbar aus. Ich habe Nachmittag, dann, also ist mir aufgefallen, okay, meine Nase ist zu, nicht schlimm bei den Temperaturen. Dann habe ich auf einmal Halsschmerzen bekommen. Da denke ich mal, okay, ist das Wetter. Und deswegen habe ich dann gestern nicht mehr geflockt, weil ich dann nur mitgelegen bin und mir ging es echt nicht gut. Und ja, heute fahre ich, hätte ich Dienst von 7 bis 12. Fahre ich in die Arbeit und bei uns ist das so, wir müssen, bevor wir in Dienst kommen, einen Schnelltest machen. Und einmal in der Woche einen PCR-Test. So, gesagt, getan, ich gehe hin, mache einen Schnelltest. Ist der positiv? Ja, natürlich haben sie mich wieder heimgeschickt. PCR-Test habe ich gemacht. Da sollte ich morgen die Antworten, also das Ergebnis kriegen. Wo ich das erste Mal positiv war, hatte ich ja nichts, keine Symptome, gar nichts. Und jetzt bin ich halt wirklich ausgelaugt und Halsschmerzen. Nase ist zu, mir tut mein ganzer Kopf weh. Ja, und deswegen habe ich gestern dann nicht mehr geflockt. Ja, jetzt bin ich halt wieder zu Hause, warte auf mein PCR-Ergebnis und dann gucken wir mal weiter. Ich hätte nächste Woche Urlaub. Ja. Mal schauen. Es wäre halt schade, wenn ich jetzt positiv bin auf dem PCR-Test, weil dann kann ich Weihnachten mit meiner Family gar nicht feiern. Und die Kinder genauso wenig. Ja. Ist halt blöd. Die Kinder sind jetzt noch in der Schule. Solange ich mein PCR-Ergebnis habe, nicht habe, so, gehen sie in die Schule. Überhaupt tue ich das im Fabian jetzt nicht anders. Ich hätte gesagt, komm sofort nach Hause. So, bis du daheim bist, vergehen sowieso eineinhalb Stunden. Ja. Der Vlog war ziemlich kurz. Ich hoffe, euch hat er trotzdem gefallen. Und, ja, werde jetzt weiterflocken für das nächste Video. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und, ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal um 18 Uhr. Tschüss. Tschüss.